ARD Text im Auftrag von Funk Hi Leute, was geht? Hogi Company in Zusammenarbeit mit Rublotti aka Rublotti und Der hat kein Mikro an Egal, also Rublotti hat kein Mikro an Egal, wir wissen alle, er ist hier Und dabei wie immer ich schon heim Und zwar, hier, AP-Combat am Start Ich mach mir, ja, guck mal, ich bin grad wirklich Level 1 Also von Begin an seid ihr jetzt dabei Ich leg jetzt hier Benutzernamen fest Wir sehen, John hat das, John Prime Bestätigen So, nochmal, machen wir einfach mal quasi Company Okay, machen wir jetzt einfach John, ohne den Stift rein Was? Wie das Wort ist zensiert? Ja, ich weiß, euch zu fame sind für dieses scheiß Spiele, oder? Machen wir uns voll, ich kann mir ja, komm So 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 Jetzt bin ich auch dabei Ja, mal Sound eben live abstellen, Leute Ah, jetzt bin ich dabei So, Leute, ja Das ist AP-Combat So, bevor ihr Hoblotti anfängt zu heulen Machen wir jetzt einen Clan, damit wir den auch einladen können So, ähm Ist das Spiel erstmal abgestürzt Oh shit, niggas Ich bin in einem Spiel drin Wo ich da gar nicht rein wollte Oh Okay, also ich höre grad, was ist die Anfangsrunde Format ist natürlich wieder falsch Ja Und äh Würst wahrscheinlich, wo sich diesen Pfeilen hier folgen Ähm Komm ich da rüber? Nein Kann ich die Vögel, die hab ich jetzt nicht für die Vögel gemacht Schade So Also Er hat geschossen Irgendein Homofürster hat geschossen Nicht das, was ich irgendein, äh Irgendwas gegen Homos hätte, ja, aber Ähm Ist einfach Ja, nicht blöse gemeint, Leute, aber Ich hab einfach grad daraus gewünscht Ich weiß nicht, was ich machen muss Oh Okay, ich hab jetzt grad verstanden, was ich machen muss Ich glaub hier hoch Nein Ah Shit, niggas Ja, Mann Bin ich gut Moin 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 Jaa Mann Moin 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 Ist ganz schön schwer hier, Leute So Schön der ich da spielen So, ja, Leute, ich komme gleich, kein Problem, aber, oh, sie kamen hier am Start, Leute, Ferien haben begonnen, oh, so muss das laufen, so, im Schiff sprinten wir natürlich, aber ja, ich habe jetzt Bock, richtig, ich brauche hier so eine Runde zu, ach, mal richtig abzugehen, oh, ich hätte jetzt nicht gut gerechnet, ob ich ein Blitz schieße, ja, ich schieße Targets, wo sind die Targets? Ja, ich brauche noch den Targets, da sind die Targets, ey, meine Fresse, ey, ich bin behindert, weil man noch nicht mehr zielen muss, weil so ein scheiß Spiel, boah, ist ja fast noch behindert als MD3, so, warte, ich brauche noch, also, ich brauche noch, also, ich brauche noch, wo ist denn der? Hallo? 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 Seht der mich irgendwie nicht? So. Oh, das kann ich gar nicht machen. Egal, shit, du wirst. Das muss ich ja. Ach so. was die, ich brauche wirst Wabsat? Und waren hier nach? 네, alle Zeit krass 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 Junge, der Dinger geht mir nicht auf die Fresse, ja? Alter, ich sagte, ich gebe euch jetzt nichts, Leute, ja? Oh, ich gebe mich auf die Nerven, Alter, ich gebe mich nicht, nein, ah wie, ich habe jetzt keine Waffe. So, jetzt piste ich hier mal ein bisschen rum. Boah, Junge, gehen wir nicht auf den Nerven, ja. Boah. Boah, meine Fresse, Alter. Boah. Ich will das nicht so spielen, Alter. Ja, ich will das nicht. Ah. Nein, oh, nein. So. So, ich will das nicht anziehen. Also, ich will das nicht anziehen. Ja, klar nehmen. So. Weh, das kann ich länger sein, hier ohne Sinne. Oh. Oh. So. 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 Ja, achso. Gehen wir auf das Bier raus. Dann geht's um der Clan. Nein, 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 einfach vor sie kamen nicht. So. So. Ja, schreibt mal hier und fertig. So, Freunde, erstes Teammitglied, Frau Bloody. Okay. Oh, äh, äh, äh. Super, hast du nicht drin? Ich bin drin. Schreibt ein paar Krim, die hat sich hier nicht angezeigt. So, jetzt ist er da. Ähm, ich hab gehört, du wolltest mir eine Waffe schenken? Hier, wer steht. Schau mal, was da, was da abgeht. Wo man das machen kann. Ach, ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich weiß nicht. Äh, du hast mir doch gedacht, ich entscheide. Ich hab, ja, hab ich auch besprochen. Ja, egal, komm, dann lass jetzt hier erstmal. Euren welchen, wie willst du? Ich hab schon an. Okay, so, Leute, mit Lottie und ich. So, jetzt die erste Runde. Warte mal, warte mal, ich sag an, du bist an. Okay, ja, warte, ich will erstmal. Guck mal, du kennst mir irgendwas, wie ich will. Ja, ich schau mir erstmal hier. Äh, das muss doch 50.000. Ja, ich mein, ich will mal waffen, komm. Lass mich hier. Lass mich hier. So, wir, da, da, da. Da, 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 da. So, hier, hier. Ey, Leute, man hat viel jetzt noch in am Beta und hier gibt's echt... Und die Sachen fehlen, ja? Keine Auswahl. So, ich nehm, ich nehm die... M, T, Ah, den, ja. So, naja. Äh, hast du eine Ahnung, was man mit jedem Freund machen kann? Hä? Weißt du, was man mit dem gehen kann? Kann man verkaufen? Mehr nicht. Na, keine Ahnung. Ich hör noch nie auf. Okay, äh, können wir anfangen? Okay, ich sag das dann nicht. Also, wir gehen auf... Wir gehen auf den Server Europa-West-Server. Ja, wo bist du denn? Europa-West-Server. Europa-West-Server. Mach mal weg. Ja, aber da... Jetzt stehen wir drauf. Okay, wo bist du? Jetzt gehen wir auf... Bi-3. Ja. Ja. Und welche spielen wir hin? Äh, das vierte. Vierte, genau. Ja. Oh, scheiße. Okay, ist... Ja, zu spät. Nee, nee. Ja. Dann gehen wir den auf den 9. Ja, den bist du. Ja, genau. Welcher Seite? Oh. Ja. Dafür lass kurz warten, dass wir das einer von uns bleiben. Den kann man nicht wegziehen. Ja, da steht doch Schengstein. Wie steht denn das? Da oben, bei AF und RFA. Ich glaub nicht, dass jetzt einer rauskommt. Ja, okay. Dann gehen wir bei niemandem drauf. Okay, äh... Darf mal irgendeinen wo nicht bleiben? Hier auf die Nummer. Spann das auf. Oh. Nee, kann nicht fallen. Kannst du das nicht im Plan irgendwie machen? Was denn? Dass sie jetzt hier so... Ach komm, dann spielen wir jetzt einfach irgendwie irgendwas gegeneinander. Geh nochmal in die 95 rein. Oh, ich freu. Ah. Geh, geh nochmal in 95. Oh, jetzt ist er wie... Ey. Okay, warte. Na. Okay, geh raus. Ne? Ja. Waren wir den anderen Zitatver dann nun? Ja... Okay. Ja, was denn? Nehmen wir 16. Oder, ne? Okay, wir gehen raus. Ne. Dann nehmen wir EU 9. EU West 9. Ja, wäre 8, oder was sonst? Ja, wäre 8. Oder nehmen wir 8. Und dann gehen wir sofort in das 6. Ja, warte, da ist er 64. Ja, warte, ich bin, komm zu dir, ah, okay, komm rein. So, Leute, jetzt geht's los. So, wo bist du? Na ja, ich bin ja gerade mal am Boden. So, Leute, ich geh gleich noch mal nach drücken um Grafiteinstellung. Ich muss nur mal kurz eingeplatzt werden, die als Fremdchen sind. Und, oh, das erste Mal nicht mehr. So, Leute, das war's auch schon mit dem Anfang. So, Leute, das war's auch schon mit einem Schitteln. So, ich bin ja gerade mal. So, ich bin ja gerade mal. Bis zum nächsten Mal.